Moin Moin und herzlich Willkommen bei 4M Achtung dieses Video ist keine Aufforderung zum Nachmachen. Arbeiten am Strom sollte stets vom Fachbetrieb durchgeführt werden. Heute zeige ich euch die häufigsten Ursachen eines defekten Ceranfeldes. Bei mir war der Fall, dass die rechte Hälfte, d.h. die rechten beiden Platten, nicht mehr funktionierten. Hierzu habe ich einfach mein Herd ausgebaut. Erstmal habe ich die Tür vom Backwagen rausgehoben, danach muss ich noch zwei Kreuzschrauben lösen. Dies habe ich mit einem Akkuschrauber gemacht, kann man ebenso gut mit einem Kreuzschraubendreher machen. Danach konnte ich den Herdschirm hinaus ziehen und die beiden Kabel vom Ceranfeld lösen. Mein Ceranfeld hat zwei Stecker mit je sechs Kabeln. Das Ceranfeld ist nur in die Aussparung der Arbeitsplatte gesteckt und wird von Klammern gehalten. Somit kann man es einfach von unten durch einen leichten Druck nach oben hinausdrücken. Und so sieht das Ceranfeld von der Rückseite aus. Wenn ihr das Ceranfeld öffnen wollt, dazu zeige ich euch später noch mehr, müsst ihr einfach fünf beziehungsweise sechs Klammern lösen. Zwei an jeder langen Seite und eine an der schmalen Seite. Wenn ihr die Klammern löst, sollte das Ceranfeld stets mit der Kochseite nach oben zeigen, also so wie jetzt im Bild zu sehen. Dann könnt ihr die Glasplatte relativ einfach hinausheben, aber dazu später mehr. Und so ist mein Herd angeschlossen. Ich habe drei Leiterkabel L1, 2 und 3, ein Neutralkabel und ein Schutzleiterkabel. Jetzt habe ich die einzelnen Leiterkabel mit meinem Multimeter gemessen, indem ich eine Phase ans Neutralleiterkabel halte und die nächste an L3. Hier sehen wir knapp 240 Volt. Dann habe ich L2 gemessen. Hier sehen wir 0 Volt und danach habe ich L1 gemessen und hier sehen wir wieder knapp 240 Volt. Und nun zeige ich euch, wofür die einzelnen Leiterkabel zuständig sind. Bei meinem Herd ist L2 für die rechte Hälfte des Ceranfeldes zuständig, L1 für die linke Hälfte und L3 für den Backofen. Wie eben bereits gemessen ist der Grund, weswegen die rechte Hälfte meines Ceranfeldes nicht funktioniert, dass L2 nicht mit Strom versorgt wird bzw. gehe ich davon aus, dass es an der Sicherung liegen muss. Da ich von Weitem nichts erkennen konnte, musste ich meine LS-Schalter ausbauen. Bei mir sind 4 LS-Schalter mit einer Kammschiene oder auch Gabelschiene oder Phasenschiene genannt verbunden und ich habe mir die Sache genauer angeschaut und festgestellt, dass der LS-Schalter vom Herd unten an der Kammschiene völlig verbrannt ist. Dies hat vermutlich als Ursache, dass sich die Schraube entweder gelöst hat oder damals vom Fachbetrieb nicht richtig festgeschraubt worden ist. Es kann natürlich auch an den häufigen Erdbeben in Norddeutschland gelegen haben. Dies bedeutet, dass ich bzw. in eurem Fall jetzt der Fachbetrieb alle 4 LS-Schalter wechseln wird. Eventuell hätte auch das Wechseln von einem LS-Schalter gereicht, aber das ist ja Safety First und um auf Nummer sicher zu gehen, sollte man alle 4 LS-Schalter wechseln. Wir reden hier über 11 Euro Materialkosten und dort sollte man nun wirklich nicht sparen. Bei mir sind LS-Schalter B16 der Firma AEG verbaut. Es gibt auch Baugleiche von der Firma ABB, aber Achtung, diese könnt ihr nicht mischen, da die Phasenschiene für die AEG LS-Schalter anders ist als für die ABB LS-Schalter. Insofern, ihr könntet jetzt alle 4 tauschen und durch ABB B16 LS-Schalter ersetzen, aber ihr könnt diese auf jeden Fall nicht mischen. Und hier nochmal mein Hinweis, bitte nicht nachmachen. Bei Arbeiten am Sicherungskasten muss jedes Mal der komplette Strom ausgeschaltet werden. Das heißt, der Hauptschalter vom Gebäude bzw. zur Wohnung muss ausgeschaltet sein. Sonst könnt ihr keine Arbeiten am Strom durchführen. Deswegen rate ich euch, mit solchen Arbeiten immer einen Fachbetrieb zu beauftragen. Ich denke, trotz meiner Hinweise warte ich nur darauf, dass die Elektrikerinnung mit Mistforken vor meiner Haustür steht. Aber wer Videos zum Thema Elektro macht, muss halt damit rechnen. Ein Fachbetrieb sollte die Arbeiten nach spätestens 15 Minuten erledigt haben. Nun zeige ich euch noch einmal die LS-Schalter und den Zustand. Und da die Nachbar-LS-Schalter auch schon etwas dunkelbraun geworden sind, habe ich mich halt dazu entschlossen, alle vier zu wechseln. Und nun zeige ich euch noch einmal das Ceran-Fild von innen. Wie gesagt, sind da die sechs Klammern, zwei auf jeder langen Seite und eine auf der kurzen Seite. Diese müsst ihr eindrücken, aber natürlich erst, wenn das Ceran-Fild auf dieser Seite liegt. Dann könnt ihr die Glasplatte ganz einfach abheben. Und so sieht das Ceran-Fild von innen aus. Wir sehen hier die vier Kochplatten, auch Strahl-Heizkörper genannt. Unten im Bild ist der Taschschalter für die Zusatz-Heizkreise. Und rechts und links im Bild zu sehen sind die Lampen für die Restwärmeanzeige. Bei den Strahl-Heizkörpern könnt ihr häufig schon mit bloßem Auge erkennen, ob es defekt ist, weil einer von den Heizkreisen eventuell unterbrochen ist. Wenn nur eine Platte nicht funktioniert, ist ein weiterer häufiger Fehler ein defekter Knebelschalter. Dieser ist bei meinem Herd nur gesteckt und kann für ca. 15 Euro ersetzt werden. Hier noch einmal ein paar Beispiele für Ersatzteile für mein Herd. Da ich jetzt mein Problem gelöst habe und den LS-Schalter gewechselt habe, kann ich mein Herd jetzt wieder einbauen und bin fertig mit der Arbeit. Ich werde euch noch einige Ersatzteile und Werkzeuge, die ich verwendet habe, in die Infobox schreiben. Und nicht vergessen, nicht nachmachen!